Das Fass hat sich gerade bewegt dort hinten. Oh nein, nein. Müssen wir das jetzt hier irgendwie abpassen? Wir sehen jetzt ja... Irgendwas bewegt sich... Alter! Da war gerade ein Schatten im Wasser. Guckt mal ganz genau hin, da ist irgendwas im Wasser. Alter, Finne, ey. Nee. Okay, ich versuch's einfach mal. Keine gute Idee, keine gute Idee, keine gute Idee, keine gute Idee. Nein, 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 nein. Oh, da, oh da, oh da. Nee, 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 nee. Oh, Alter. Alter, wie gruselig das einfach ist. Du siehst ja nur so einen Schatten im Wascher. Oh, was? Oha. Nee. Okay, wir dürfen nicht zu lange auf einem Gegenstand bleiben. Hab ich gerade erfahren. Oh. Ey, ist das mies. Ist das mies. Komm hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Da klettert er doch hoch. Oh Gott. Alter Schwede. So, wo jetzt lang? Okay, weiter. Hat der so ein bisschen was mit diesem komischen Monster, dass da auch ein bisschen Schuhbecken gewesen war? Alter. Was ist das? Was ist das für ein Vieh? Okay, pass mal auf. Darauf können wir dann hier auf die Tonne und dann direkt weiter zum Dingens hier. zu den ganzen Koffern da hinten und dann auf die Plattform. Geht das? Ich denke mal. Ich hoffe es einfach. So. Das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler. Ja. Alter. So eine ekelhafte Hand. Wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, es wäre Bruder vom Langfingergnomen, der sich einfach im Wasser heimisch gemacht hat. Wir müssen jetzt aber nicht nochmal komplett von vorne, oder? Nee, okay, wir spawnen hier. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. So, pass auf. Nochmal. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen warten. Das ist einfach die Sache. So, pass auf. Jetzt blubbert er da, glaube ich, nochmal. Ich glaube, jetzt können wir. Nein, jetzt können wir nicht. Nein, 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 nein. Alter, was? Hä? Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Wie soll ich denn jetzt ausmachen, wo der ist? Da war doch kein Geblubber oder sowas im Wasser. Ähm. Vielleicht sollte ich nochmal kurz ein bisschen warten. Ich glaube, ich warte einfach nochmal ein bisschen auf den Fass. Man merkt es, glaube ich, schon. Das große Verrecken beginnt wieder hier. Zumindest bei mir. So, jetzt ist er da. Da blubbert's, da blubbert's. Jetzt kommt er da einmal hoch. Und jetzt müssen wir, glaube ich, schwimmen. Jetzt müssen wir nämlich, glaube ich, schwimmen. So, ich gehe da mal rauf hier. So, auf da. Oh Gott. Hier. Oh. Achso, ich wollte die Flasche eigentlich werfen. Ich wollte die... Ach so. Das ist also das Sammelbare hier. Ganz kurz mal eben. Ich wollte die Flasche jetzt eigentlich einfach hier werfen und dann sagen, hier, trinkt Jack Daniels. Ähm. Aber das sind sammelbare Sachen. Was macht die Flasche da? Was macht die Flasche da? Ich glaube, das ist ja eine sehr aktive und agil Flasche. Wir haben ja vorhin auch schon hinter diesem Gitter, da war ja auch so eine Flasche gewesen. Ich glaube, da hätte man auch hinter schwimmen können und dann, ne? Ach, das war jetzt wahrscheinlich, glaube ich, nur... Warte mal, können wir eigentlich die Kiste? Geht das? Nee, kann ich nicht. Ähm. Ich dachte, wir können die Kiste jetzt hier vielleicht irgendwie ins Wasser reinschubsen. Was ist das? Sieht aus wie so eine dürre Frau mit schwarzem Haar. Okay, pass mal auf. Auf die Koffer hier nochmal rauf. Dann auf die Kiste und weiter nach rechts kann ich leider noch nicht gucken. Pass auf, wir machen einfach. So, okay. Weiter, weiter, weiter. Ich lass... Ich hab mir jetzt mal mit Absicht runterschubsen lassen. Jo, okay. Weiter, 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 weiter. Komm, komm. Schwimm da hoch. Nein! Komm, 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 runter, runter, runter. Hä? Okay, warte. Oh, ich musste da rüberspringen. Das wusste ich nicht. Oh, das ging nochmal gerade so gut. Ich hab grad ein bisschen Schiss, dass jetzt hier... Ähm... Hier ist wieder so ein schwarzes Zeug. Ist da wieder eins von den... Achso, ich dachte, wir können den Karton irgendwie aufmachen. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie wieder einer von den Würmchen drin. Gut, pass mal auf. Einmal hier hoch. Und zack! Ja, das war... Das war wirklich... Eine Glanzleistung. Ich bin von mir selbst total begeistert. So, jetzt aber. Jetzt können wir hier irgendwas drehen. Wir können jetzt den Sack oder den leichten... Ähm... Den leichten Sack rausziehen. Oh, da hängt sogar noch ein Arm raus. Sehr schön. Ich warte jetzt mal kurz, weil ich ein bisschen Angst habe, dass er jetzt wieder runter geht. Aber ich glaube nicht, oder? Ja. Wow. Komme ich hier wieder hoch? Ja, komm. Schätzchen, komm her. Komm, lass uns ein Renevoo haben. Ja, das war... Ich hätte laufen sollen. Ja. Ist mir erst im Sprung eingefallen. Da konnte ich es nicht mehr ändern, leider. So. Wo spawnen wir? Wo spawnen wir? Wir spawnen wieder hier. Das ist super. Meine Nase juckt. Das ist nicht gut. Nase jucken. Bedeutet meistens Weltuntergang. Oder das hier. Ist manchmal echt witzig, dass meine Nase juckt und dann wirklich immer irgendwas passiert. Das finde ich immer... ein bisschen gruselig manchmal. So. Jetzt aber. So, rüber da. nochmal hier ziehen und... Oh, da ist ein Diggerfisch dran. Das... Oh, ja, der ist... Oh, ganz kräftiges Ding. Ganz kräftiges Ding. So. Pass mal auf. Ach nee, warte mal. ein bisschen tiefer, ne? Ich hab den nämlich, glaube ich, zu hoch gemacht. So. Jetzt können wir sicherlich nämlich den hier machen. Und dann an den Haken. Und dann schwingen wir uns einmal hier gekonnt rüber. So. Perfekt. Was ist das hier? Können wir das... Das würde mich jetzt mal interessieren. Können wir das Vieh damit füttern? Geht das? Alter, wie geil ist das denn? Oh, diese Details. Einfach. Es ist so geil. Weißt du, dass man sowas überhaupt machen kann? Das finde ich cool. Komm, füttern wir das Ding einfach mal. Vielleicht ist es dann ja satt, weil es hat dann ja keinen Bock mehr auf uns. Hier sind so ein paar schöne Köp... 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 Äh... Fischköppe. Frisch vom Markt. Oder frisch aus dem Rohr. Ich hab keine Ahnung, wo die hierher kommen. So. Einmal. Zack. Sind wahrscheinlich die Reste von Ariel ihren Freunden. Die kleine... Ich glaube, wir nennen die Ariel. Das kleine Ding hier. Wir nennen sie Ariel. Ariel. Ah, wir können sie jetzt ablenken, ne? Wir können sie... Ach so. Ja. Jetzt hab ich sie erst grad begriffen. So, komm. Geh mehr. Komm, gib mir mehr. Ich warte gerade, bis da wieder was aus dem Rohr rauskommt. So. Ich leg mir jetzt mal ganz kurz hier so einen kleinen Vorrat an und schmeiß mir das gleich alles auf einmal da rein. So, komm. Einen hätte ich noch gerne. Perfekt. So. Fütterruckszeit. Und hier auch noch mal hin. So, und wir schwimmen jetzt. Nee. Schneller. Boah, fuck die uns. Nein, die darf uns nicht verfolgen. Nein, das darf die nicht. Das ist illegal. Nein. Oh Mann, es war so knapp gewesen. Es war so knapp gewesen. Pass auf. Ich glaub, das reicht. Scheiße. Ich glaube, wir müssen auf der linken Seite vom Steg die Dinge einfach hinwerfen. Beziehungsweise, ich glaub, das reicht auch, wenn wir nur eins hinwerfen, oder? Oh, jetzt wollen wir wieder hier. Das ist... Oh Mann. Ich hasse Checkpoints. Hallo, du sollst da hochklettern. So, einmal hoch hier und dann einmal... wieder einen gekonnten Sprung hinlegen. Dann wieder kurz den Sack rausziehen. Ja, das will sie natürlich nicht. Komm schon. Jetzt. Alter. Was ist doch mal los, du dickes Ding, ey. Ariel hat Hunger. So, einmal ran da. Dann einmal rumgeklettern. Alter, dieser Arm, der da raushängt, ne? So. Ein bisschen ausholen. und so. Einmal rüber. Perfekt. Pass mal auf, da machen wir jetzt nämlich den hier. Warten, bis sie jetzt da kurz rangeht. Jetzt geht sie da hin. So, pass auf, wir schwimmen rüber. Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Das kann doch nicht sein! Hä? Wie? Warum? Sie war doch am Fressen gewesen. Oder müssen wir warten, bis sie, äh, das Teil dann in der Hand hat, oder? Ich weiß es echt nicht. Hä? Ich hab keine Ahnung, ey. Ich, ich weiß es echt nicht. Mich würde auch gerade mal interessieren, wie lange das DLC geht, sonst würde ich das ganz gerne in eins durchspielen. Aber ich glaub, so lange sollte das eigentlich auch nicht gehen, weil, ähm, ja, ich meine, die Hauptstory ging jetzt auch nicht so mega krass lang, also geh ich einfach mal davon aus, dass das, äh, DLC, das kann ja nicht so lange dauern, eigentlich. Das müsste eigentlich recht kurz sein. So. Einmal wieder rumklettern. An den Haken. Die Haken, die Haken, sie sind da, die Haken. Wer kennt's? So. Gut. Neuer Versuch. Ich schmeiß das nochmal rein da. Und jetzt warte ich mal kurz. Würde mir jetzt losschwimmen. Jetzt hat's ja gerade zu tun. Jetzt funktioniert's. Jetzt funktioniert's tatsächlich. Ach, so. Wir mussten warten, bis ihr dann anfängt zu fressen. Alles klar. Tja, Mädel, war wohl nichts, ne? Oh Gott. Fest Boden unter den Füßen, Alter. Sind wir hier auf so ne, so ne Müllhalde gelandet, oder sowas? Was ist das hier? Kann ich, äh, ach, warte, warte. Ich will da mal, hä? Sind wir gerade von innen reingeklettert? So, pass mal auf, ich kletter hier mal ganz kurz hoch. Dann hier mal ran und jetzt müssen wir sicherlich das Brett hier einmal umschubsen. So. Zack. Das funktioniert ja schon mal super. Dann einmal wieder mit einem gekonnten Sprung darüber. Und dann geht's jetzt wahrscheinlich durch diese Tür hier durch. Wo wir leider nicht an den Henkel rankommen. Das ist blöd. Oder können wir hier, wir können's auch nicht aufdrücken. äh, ich glaub, wir brauchen irgendwie einen Karton oder sowas. Können wir den hier vielleicht? Ah. Oder können wir hier hochklettern? Geht das? Nee. Hier ist irgendwie eine Seilwende, glaub ich, ne? Aber hier kann ich nichts machen. Ich benutze viel zu wenig die Taschenlampe, fällt mir grad so auf. So, warte mal. Ah, guck mal, guck mal, das sieht mir hier sehr verdächtig aus. Aber da komm ich auch nicht wirklich dran. Also hier kann ich auch nicht. Was ist das hier? Kann ich da hochwerfen? Nee, auch nicht. Hm. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Hä? 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 Ich will den da reinwerfen. Vielleicht passiert ja dann irgendwas. Ich weiß es nicht. Doch, Mann, rum, Junge. Streng die doch mal ein bisschen an, hier. Schade, ich will den da reinwerfen, Mann. Na, komm. Ähm. Ist hier hinten irgendwas? Irgendwas? Keine Ahnung. Irgendwas versteckt hier? Nö. Hä? Ich hab keine Ahnung. Jetzt bin ich wieder wahrscheinlich an so einem Punkt angekommen, wo wir jetzt wahrscheinlich wieder zehn Minuten lang festsitzen, bis ich herausfinde, was wir eigentlich machen müssen. Hier ist auch nichts, ne? Was wir da irgendwie hinziehen könnten oder so? Nö. Was ist das mit dem Seil hier? Können wir da irgendwie, können wir da hochklettern? Geht das? Dass wir da hier einmal, ne, ich kann nur runterfallen und fählen. Das ist das einzige, was ich gut kann. So, nein, du sollst nicht springen, du sollst das Seil in die Hand nehmen. Passiert hier irgendwas, wenn ich das da reinwerfe? Das will ich nochmal jetzt wissen. Aber der wirft den da auch nicht rein, den Schuh vielleicht? Aber ich glaube, das ist einfach nur so ein stumpfer Mülleimer, kann das sein? Nimm den Schuh. Ja, ich glaube, das ist, da passiert nicht sehr viel. Keine Ahnung, wenn wir hier nochmal reinklettern. Hallo, ich bin der Junge im Korb. Da passiert nicht sehr viel, das ist, äh, recht ernüchternd, das Ergebnis. Ja, das ist, äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde dieses Seil hier so, ein bisschen auffällig, da oben auch. Diese, diese komische Seilwinde da. Wenn ich einen Schuh irgendwie mit hochnehme, geht das? Dass wir ihn dann ja jetzt irgendwie einmal hoch transportieren müssen? Nee, ich glaube, das schafft er nicht. Ich glaube, so hoch kann er leider nicht werfen. Ja, du darfst klettern. So. Das Rohr hier vielleicht hoch. Das Rohr nicht hoch, okay. Okay, Okay, die Seilwind ist auf jeden Fall für diesen Strick dort oben, wo man sich vielleicht ranhängen könnte. Das ist schon mal gut zu wissen. Ob wir damit wirklich was machen können, ist eine andere Sache. Hä? Hilfe! Hilfe! Ich will da ran! Hilfe! Spiel! Sag mir doch, was ich tun soll! Ich finde den Mülleimer hier aber so verdächtig. Wenn ich den jetzt aber... Nein, du sollst ja nicht hochklettern. Ich dachte, ich kann den irgendwie festhalten und dann umkippen, dass da irgendwas drin ist. Nee, auch nicht. Was soll das überhaupt sein, was ich hier gerade in der Hand habe? Ich habe keine Ahnung. So, warte mal. Passiert da nicht was, wenn ich das da reinwerfe? Tatsache. Hm. Ich dachte mir, vielleicht passiert ja irgendwas. Was ist das denn überhaupt? Warte mal, ich, ähm... Ich werfe jetzt einfach mal ein paar Sachen rein. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Reaktion da drauf. Ich weiß es nicht. So, ein Schuh. Der Schuh geht direkt unter. Den schnappt sie sich, glaube ich, auch nicht. Hä? Bin ich dabbert? Ah, hier können wir uns ranhängen. Hier können wir wieder... Hüsst ihr? Nee. So, wieder ein paar Klimmzüge gemacht. Ich kann schon wieder kein Deutsch. Wieder ein paar Klimmzüge gemacht. Man muss sich ja hier auch Filt halten. Alter, was ist denn manchmal los? Man muss sich ja auch fit halten. Hier, willst du noch einen Schuh? Einen schönen stinkigen? Ich glaube nicht. Ich hab hier sonst auch noch eine Dose. Kannst du auch noch gerne haben, wenn du willst. Ja, bitte. Ach, die Dose schwimmt sogar. Holt sie sich das? Die hat... Diesen komischen Bündel, den hat sie sich geholt. Guck mal, da oben sind noch Haken, aber ich glaube, da kommen wir eh nicht ran. Den komischen Bündel hat sie sich geholt. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hätte gedacht, dass wir entweder durch die Tür oder hier durchkommen. Aber hier macht er ja nichts. Hier können wir uns ja auch nicht festhalten. Das ist ja das Blöde. Kann ich das Brett vielleicht irgendwie runterholen? Der hat runterholen gedacht. Also es muss ja... Naja, es muss ja da hinten sein. Es muss ja da hinten sein. Ne? Weil wir haben das Brett jetzt umgekippt. Damit man nämlich hier rüberkommt. So. Also muss hier irgendwas sein. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Das ist ja genau. Bis dahin.